Eine Operation an den Stimmbändern, aber Bills Manager meinte, die OP verlief nach Plan, was noch nicht wirklich tröstet. Denn ob der Eingriff erfolgreich war, könne man momentan noch nicht sagen. Der Arzt war jedoch zuversichtlich. Bill muss jetzt eine zehntägige Ruhepause einlegen, in der er weder sprechen noch lachen darf. Zur Kommunikation hat ihm sein Bruder Tom eine Kreideschultafel geschenkt. Nach der Sprechpause wird sich Bill noch einer Stimmbandrehabilitation unterziehen müssen. Wir wünschen ihm, dass seine Stimme bald wieder so klingt wie früher.